Zunächst musst du die App im Play oder App Store herunterladen. Die Registrierung ist super einfach. Du kannst ein bestehendes Konto wie Google, Apple oder natürlich dein Plan for the Planet Konto verwenden. Dann siehst du auf einer Karte, wo du dich befindest. Tippe auf das Plus, nimm zwei Finger und wähle den Ort, aus dem du im Auge behalten möchtest. Tippe dann auf Select Location, gib den Namen der Location ein und das war's. Übrigens, wenn du bereits auf unserer Plattform registriert bist, werden alle Renaturierungsflächen automatisch übertragen. Natürlich kannst du auch andere Personen einladen, die im Falle eines Feuers ebenfalls informiert werden sollen. Und das System kann auch Standorte in der Nähe beobachten. Die Anmeldung und das Hinzufügen eines Standortes dauert 30 Sekunden. Nicht mehr.